Das ist eine böse Attacke. Das ist eine sehr böse Attacke. Aber seltsamerweise nicht für unseren Sam. Das ist schon mal ganz gut. Wir hauen jetzt erstmal eine Healing Spring raus, damit alle wieder komplett voll geeilt sind. Kostet uns zwar einen Haufen MP, aber es lohnt sich was. Okay, ich sehe gerade, unser guter Sam hat um einiges mehr HP wie Luna. Das heißt, Sam ist so ziemlich der Tank unserer Gruppe. Der hält ordentlich was aus und kann auch aus sein. Gefällt mir. Dafür darf jetzt hier Luna ein bisschen versuchen, an den Statuswerten dieses Herren hier rumzuspielen. Ich hoffe nur, dass es vielleicht irgendwann mal verwirrt wird, aber das ist eher unwahrscheinlich. Da Bossmonster von sämtlichen Statuseffekten eigentlich unberührt bleiben. Finde ich schade. Aber es reicht schon, wenn wir ordentlich an Schaden rausdrücken. Raging Flame macht ordentlich Schaden an Devon. Das gefällt mir gar nicht. Gut. Äh, Lunatic Dance, Lunatic Dance. Hauen wir mal raus. Ich könnte natürlich auch mal den großen Eisblaster ausprobieren. Wenn wir schon beim... Wenn wir schon dabei sind, der Lunatic Dance, der macht ja nun nicht so dolle Schaden. Okay, der Fireblast, der hat auch nicht so viel raus. Und wir sind froh, wenn wir überhaupt Schaden machen. Rinkasan. Zum Glück. Lieber Sam, hältst du so viel aus? Zum Glück. AT Change. Was nützt dir das, diese Attribut Changes? Ähm, ist aber auch egal. Wir werden Devon jetzt einfach mal als Itemschlampe missbrauchen. Und benutzen ein DGA 600 Double. Damit die zwei erstmal wieder so gut wie voll sind. Ein Rinkasan. Oh, das war gerade rechtzeitig. Devon überlebt es aber trotzdem nicht. Finde ich ein bisschen kacke. Na, jetzt ist auch noch meine Nase voll. Was soll das? Was soll das? Ist mir auch egal. Ich werde jetzt den Big Ice Blast benutzen und hoffen, dass der... Oh. Der drückt Schaden. Der drückt ordentlich Schaden. Holy moly. Ja, der Big Ice Blast, der haut Schaden raus wie sonst nichts. Double Blade. Mach nicht so viel Schaden an meiner süßen kleinen Luna. Die muss dir immerhin noch Schaden auf die Fresse hauen. So. Wollen wir mal. Rinkasan auf Sam. Der darf voll nicht wirklich viel hält. Der wird sich auch denken... Äh... Äh... Was? So. Ähm... Fire Blast wieder auf Gaio Mon. Dann darf Gaio Mon zweimal angreifen. Und dann dürfen wir zweimal angreifen. Und dann... Oh. Ein Rinkasan. Auf die gute Luna. Das könnte jetzt... Oh. Daneben geht. Das finde ich auch gut. Ein AT-Change. Äh... Welche Attribute jetzt geändert werden? Keine Ahnung. Ähm... Ich bin dafür, dass du jetzt eine Healing Spring raushaust. Damit zumindest ihr zwei da noch den Damage raushauen könnt, den wir brauchen. Wäre nämlich eine ganz tolle Sache. Na komm schon. Komm, 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 komm. Ich will mehr Schaden sehen. Glaubst du wirklich, das tut meinem Kleinen weh? Du hast deine Attacke eindeutig falsch gesetzt. Gut, dann wollen wir den Big Ice Blast wieder draufhauen. Der scheint ja schon ein bisschen Schaden zu rühren. Allerdings doch nicht ganz so viel wie der Lunatic Dance. Das sollten wir uns merken. Also, nochmal den Fire Blast drauf. Weil es ist die einzige Attacke, dass sie über drei Zonen geht. Dafür benötigt die aber auch ordentlich... Oh... Okay, wir brauchen wieder MP. Und dafür benötigt die aber wahrscheinlich ordentlich was an MP, wollte ich gerade sagen. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus bei dem Guten. Okay, er hat auch 1111 MP im Vergleich dazu. Luna hat bloß 981. Da ist natürlich kein Wunder, dass Luna so einen hohen Verbrauch hat, wenn sie nun mal nicht wirklich viel im Mana Pool rumliegen hat. Aber ich hoffe einfach mal, dass es demnächst mal so ganz langsam hier... Oh Gott, wir sind erst bei der Hälfte. Wir sind erst bei der Hälfte dieses Mistviech. Und jetzt darfst du auch noch dreimal angreifen. Ja, klasse. Jetzt darfst du noch mal angreifen. Ach, du Kacke. Jetzt brauchen wir ein Double Recovery. Double Blade. Oh. Na okay, du kannst noch ordentlich was aushalten, Sam. Und das machst du jetzt auch. Du haust jetzt mal ein Digi-Reviver doppelt raus. Sehr schön. Das dürfte uns jetzt erstmal für eine Weile nochmal gerettet haben. Jetzt wird der Napalm erstmal auf Devon draufgeschmissen. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich will doch, dass Devon diese EP abbekommt. Und ich will, dass Devon demnächst mal digitieren darf. Mein, fehlen nur noch drei Level und... Äh, Moment, ich muss gerade nachrechnen. Etwa 3000 EP. Wenn nicht sogar... Oh, vielleicht sogar noch... Bloß noch 2000 EP. Wenn ich jetzt richtig rumgerechnet habe. Damit es zu einem wundervollen... Bombastischen... Diabolischen Mutes man wird. Also die EP sind auf jeden Fall nötig. Ähm, ich werde jetzt einfach mal ein... Digi-A 600 für dich raushauen. Wird wahrscheinlich nicht sonderlich viel ausrichten, aber es hilft schon mal. Schade, dass ich keine Digi-A 300 mitgenommen habe. Äh, Triple meine ich. 300. Was für ein Spaß sinnreiche ich hier. Ähm, ich habe mal einen Healing Spring raus. Vielleicht hilft das ja. Wäre zumindest ganz vorteilhaft. Wenn uns das ordentlich hilft. Weil es sieht gerade ein bisschen enger aus. So. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Wir drücken keinen Schaden und tun uns ordentlich an dem Mistviech weh. Das gefällt mir gar nicht. Ich würde sagen, wir brauchen demnächst mal ordentlich Ausrüstung. Da unsere Digimon hier nicht sonderlich viel ausrichten können. Also, so ganz langsam wird Luna unsere Heilschlampe hier, ne? Ich sehe es gerade. Also, Healing Spring und dann war's das. Aber, ich sehe gerade, wir haben Gaiomon auf ein Drittel runter. Und wenn wir hier noch ein bisschen Schaden rausdrücken... Oh, Raging Flame. Macht zum Glück nicht so viel Schaden. Wenn wir das richtig timen, schaffen wir es tatsächlich, dass unser Devon da auch noch ein paar EP dabei rumbekommt. Ja, zumindest eine ganz geile Sache. Ähm, ich möchte gerne, dass du... Full Digimon... Wäre vielleicht nötig. Einmal. So. Gut. Dann können wir nämlich mit Luna auch ordentlich was reißen, wenn einer von beiden überhaupt überlebt. Ähm, ich glaube mal, dass Sam das schon schafft. Weil unser Sam ja ordentlich was an... Ja, ordentlich was an Damage aushält. Oh. Oh, ein Glück. Sam hielt das Ganze aus. Wir brauchen wieder eine Multi-Reviver. Danke. Aua. Hat wehgetan. Natürlich greift es erstmal mein Devon an. Mistviech. Und jetzt noch meine Luna, die zum Glück nicht sonderlich viel von dieser Attacke hält. Na okay, was heißt hier nicht sonderlich viel davon halten? Sie tut halt weh, aber sie überlebt's. Devon sieht da ein bisschen anders aus, was das angeht. Jetzt hoffe ich natürlich, dass Luna jetzt nicht mehr so oft was auf die Fresse kriegt. Weil wir brauchen sie immerhin noch. Sie kann uns noch den restlichen Damage raushauen. Hoffe ich doch. Critical Hit, aber bloß einmal getroffen. Bah. Das ist nicht so toll. Das ist überhaupt nicht toll. Dann möchte ich, dass du einen Lunatic Dance einsetzt. Komm schon. Wenn wir Glück haben, können wir Sam vielleicht sogar noch heilen, bevor es von Gaiomon auf die Schnauze kriegt. Das sieht aber gerade ganz schlecht aus. Das heißt, wir dürfen den nächsten... Oh. Doch nicht. Jetzt wird's aber allerhöchste Eisenbahn, dass ich hier nen... Ich hab nur einen davon. Ich bin gerade überlegen, ob ich den Full DGA nehmen soll. Aber ich glaub, das ist gerade nötig. Das ist gerade sehr nötig. Weil wenn wir nur den 600er nehmen, dann wird das vielleicht mal die Hälfte. Wenn überhaupt. Aber so wird das vielleicht sogar was. Wir machen weiter mit dem Lunatic Dance auf Gaiomon. Das sieht gerade... Wir nehmen fast eine Stunde auf. Wo? Okay, dann will ich mal hoffen, dass das mal demnächst so ganz langsam über die Bühne gegangen ist. Gaiomon darf jetzt zweimal angreifen. Weil er mal wieder irgendwas an seinen Attributen rumgeschraubt hat, die Drecksau. Jetzt haben wir natürlich das... Ah. Ah. Oh Gott, ein Mist. Sehr schön. Wir müssen nämlich Luna wieder... Voll auffüllen. Weil sie uns sonst wegstirbt. Das wär nicht so doll. Ich meine, okay, wir hätten auch die Healing Spring mit ihr einsetzen können. Allerdings ist es ganz gut, wenn sie ganz voll ist. Dann dürfte sie nicht so viel Schaden fressen. Wenn sie nicht gerade schon fast wieder tot wäre. Das ärgert einen. Und da ist sie down. Nein. Aber jetzt ist sie down. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Dann kommt noch ein Healing Spring von... Ähm... Luna. Bitte. Huh, das wird ein ganz schöner Verzweiflungstat hier. Und das ist auch ein ganz schön harter Kampf. Ich schwitze hier schon. Na okay, könnte vielleicht auch an der Wärme liegen. Ich meine, es ist inzwischen ja wieder richtig schön warm geworden. Naja, richtig schön warm im Sinne von... Es ist warm. Ähm... Hau die Lunatic Dance raus wie keine zweite Luna. Lunatic Dance! Kritiker-Lied. Und? 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 Noch ein... Kein Kritiker-Lied. Ist aber auch egal. Hauptsache der Fire Blast trifft. Und kurz bevor... dieses Galiumon down geht. Werde ich meinen Devon wiederholen? Damit der auch was von den EP hat. Die Galiumon hier verteilt. Ah... Luna scheint noch recht unbeeindruckt. Finde ich ganz gut. Gut, jetzt hoffe ich einfach mal... Dass dieses Digimon... Nicht meinen muss... Unseren Devon erstmal zu One-hitten. Da wäre ich nicht so neulich scharf drauf. Ach gut, ein Rinkasan auf... Luna... Und nochmal auf Luna. Okay, Luna geht down. Luna braucht es aber nicht so dringend. Deswegen werde ich gucken... Dass ich mit dem... Fire Blast... Jetzt dieses Galiumon kaputt kriege. Ah! Ganz knapp. Double Blades? Nein! Devon schafft es nicht. Gut, dann hoffen wir einfach mal... Dass Sam das Ganze überlebt. Ansonsten wird es ein bisschen... Eng. Und wenn ich sage ein bisschen... Meine ich ein bisschen sehr. Komm schon, greif nicht an. Nein! Okay. Jetzt wird es echt eng. Wir haben nämlich bloß noch zwei Digimon dabei. Die wir einwechseln können. Und die sind nun nicht sonderlich stark. Obwohl, ich bin dafür, dass... Jetzt wird es eng. Jetzt wird es verdammt eng. Jetzt haben wir nämlich ein kleines Problem. Komm schon, Raging Blast. Treffe, treffe und mach ihn tot. Oh mein Gott, es hat geklappt. Oh mein Gott. Lana und Warren, ihr seid... Ihr seid... Oh mein Gott, ihr seid die Besten. Und ihr habt direkt mal ein paar Level-Ups gekriegt. Also... Puh. Das kann nicht sein. Ich, Gaio, man. Verliere gegen dieses Kind. Tja. Ist alles in Ordnung, Bus? Was? Kann es sein? Oh, drei Dinge. Die ist einfach mal so droppen. Puh. Das war echt knapp. Bist du dir sicher? Du möchtest, dass ich diese drei P-Words bekomme, die sie fallen gelassen haben? Hm? Danke, Feldi. Nun können wir die Access Zone von Sunshine City wiederherstellen. Ich glaube, ich habe dich falsch verurteilt. Tut mir leid. Wir sind beide Union-Themas. Also kann es nicht sein, dass wir schlechte Personen sind und die daran überhaupt nur denken, die City zu zerstören. Unser Chief Claire hat sich in letzter Zeit sehr seltsam verhalten. Sie hat auf einmal komische Dinge gesagt, dass die City von den Nightcrow zerstört wurde. Ist das nicht seltsam? Wie geht's Chief Julia? Irgendwas Seltsames auf eurer Seite? Naja, sie hat sowas ähnlich gesagt. Ah ja. Hab mir schon gedacht. Da muss irgendetwas versuchen, uns gegeneinander aufzuhetzen. Das muss wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass unsere Chiefs sich seltsam verhalten. Feldi, von nun an sollten wir zusammenarbeiten. Wir sollten die Informationen, die wir herausgefunden haben, teilen. Also, lass uns mal die E-Mail austauschen von unseren Digi-Vices. Gute Idee, dann können wir wenigstens immer miteinander kommunizieren. Ja! Nun, ich sollte jetzt back zu Sunshine City. Wir sehen uns dann, Feldi. Und vielen Dank für die P-Words. Ähm. Und somit können wir endlich diese Quest abschließen. Wir wissen immer noch nicht, wo Chief Julia ist. Aber das werden wir noch früh genug erfahren. Glücklicherweise. Allerdings ist es jetzt wirklich höchste Zeit, hier Feierabend zu machen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Und wir werden dann beim nächsten Mal sehen, was für neue Quests auf uns zukommen. Also dann, Tschülü!